Endlich ist die erste Woche rum und damit auch das große Geld wahrscheinlich wieder vertreten an der Börse. Zumindest mal ist die Hoffnung und die Erwartungshaltung, dass jetzt auch das institutionelle Geschäft wieder ein bisschen dazukommt. Das heißt, relevanter wird, wie die aktuellen Bewegungen aussieht. Ob das tatsächlich ein gutes Zeichen ist oder ein schlechtes, das wird noch wohl abzuwarten bleiben. Wir werden gleich mal drauf gucken, wie die aktuelle Situation aussieht. Allerdings sind nach wie vor natürlich viele große Player sehr vorsichtig, denn sie haben immer noch so ein bisschen die Befürchtung, es wird noch mal übel. 2023 sehen viele als ein relativ negatives Umfeld, zumindest mal in der Hälfte der Zeit. Das muss nicht möglicherweise bis exakt in den Sommer gehen, aber vorläufig zumindest mal. Also sprechen die Zahlen, die Daten für viele große, wenn ich das richtig immer wieder höre und richtig zitiere, nicht gerade für einen bullischen Markt. Aber manch einer fühlt sich möglicherweise genötigt, doch aktiv werden zu müssen. Denn was nützt es, wenn der Markt nach oben geht? Will man ja auch nicht daneben sitzen und alles verpassen? Also vielleicht denkt sich der ein oder andere, ich will nicht, ich traue dem Markt nicht, aber ich muss es trotzdem tun. Ich kaufe einfach. Nein gut, schauen wir es uns einfach mal an, wie es aktuell aussieht. Der DAX hat das, was wir ja letzte Woche schon angedeutet und vermutet hatten, dass wir dieses Hoch hier durchstoßen. Das hatten wir irgendwo, als wir mehr als die Hälfte dieser Strecke hier hatten. Ich erinnere noch mal ganz kurz, wir hatten so das gezeigt und als wir hier so durch sind, haben wir gedacht, wenn wir da so massiv durch sind, dann gehen wir auch noch mal hier drüber. Das ist relativ realistisch. Damit hätten wir allerdings auch dieses Gesamtszenario starker Anstieg, starker Rücksetzer, starker Anstieg, Seitwärtsrücksetzer, starker Anstieg irgendwie so halbwegs hinter uns gebracht. Ich habe es jetzt nicht so sauber schön gezeichnet, aber irgendwas in dieser Art, das wäre schon denkbar. Jetzt ist noch die Frage, ob wir noch mal so eine Korrektur hier vielleicht bekommen für den letzten Anstieg da hinten drauf, damit das so schön fünffällig hier auch aussieht. Aber wir sind dann, wenn diese Theorie tatsächlich jetzt hier sich auch so auswirkt, dann eigentlich so in dem letzten Stück dieser gesamten Aufwärtsbewegung. Verwundern dürfte das zumindest mal nicht. Es wäre ein klassisches, ein sehr typisches Bild. Also jetzt noch zu kaufen. Ich weiß nicht, wenn ich kaufen möchte auf diesem Szenario, dann bitte im kurzfristigen Bild. Das heißt immer dann, wenn es nochmal irgendwie korrektiv, also dreiwellig oder mehrfach überschneiden nach unten geht. Also dreiwellig ist häufig ein ganz gutes Zeichen. Oder eben, wenn es mehrmals irgendwie wackelt und man den Eindruck hat, okay, wir haben viele Kursüberschneidungen, also flacher Trendkanal. Ihr seht schon hier einen Trendkanal. Das wird schon ziemlich schwierig, da einen hinzuzeichnen oder wenn ihr so einen steilen Anstieg habt. Also so könnt ihr so halbwegs unterscheiden, was ist die starke Richtung. Und die starke Richtung ist aktuell ganz klar immer noch die Aufwärtsrichtung. Also noch ist beim DAX keine Schwäche zu erkennen. Ich persönlich finde es aber unattraktiv, hier jetzt einzusteigen. Ich möchte einen Rücksetzer haben. Der Rücksetzer hätte zwei sinnvolle Hintergründe sozusagen. Hintergrund Nummer eins ist, ich bekomme es vielleicht sogar ein bisschen günstiger. Hintergrund Nummer zwei, der für mich noch wichtiger ist. Ich sehe, dass der Kurs in der Abwärtsbewegung entweder stark oder schwach ist. So wie ich es gezeichnet habe, wäre eine schwache Bewegung. Auch ABC wäre grundsätzlich eine schwache Bewegung und überschreiten durch diese Marken eher nochmal ein Zeichen für weiter nach oben. Allerdings so etwas, so etwas, vor allen Dingen gefolgt von so etwas, wäre ein ganz klar schwaches Zeichen. Und würde vermuten lassen, dass es nochmal weiter nach unten geht. Also es ist nicht nur, dass ich diesen Rücksetzer gerne hätte, damit ich es vielleicht ein bisschen günstiger kriege. Ich weiß ja noch nicht genau, wo der stattfindet. Ich mache mal ein Beispiel. Stellt euch vor, ihr wartet auf den Rücksetzer. Diesen hier. Naja, ist ja schick, wenn der jetzt passiert. Aber wenn ihr Pech habt, passiert er halt viel später. Dann kriege ich es ja gar nicht so günstig, sondern vielleicht zum teureren Preis. Aber ich habe den Luxus der zusätzlichen Information, dass das eben korrektiv ist und dementsprechend die falsche Richtung. Und dass eben eine Fortsetzung nach oben eben nochmal relativ realistisch ist. Das ist ein wichtiger Vorteil. Und der dritte wichtige Vorteil, der dahinter steckt, ist, ich kann dann natürlich, wenn ich jetzt hier sehe, dass es hier irgendwie korrektiv ist, meine Stops entsprechend viel enger setzen, ohne dass ich komplett jetzt raten muss, wo ich den jetzt hinsetze. Ich habe immer eine charttechnische Marke, an der ich mich in irgendeiner Form orientieren kann. Was ich persönlich sehr angenehm finde, weil es mir die Chance gibt, eben günstig rein und noch einen relativ sinnvollen Stopp dafür zu setzen. Diese Kombination mag ich persönlich gerne. Deshalb jetzt auf diesem Niveau kaufe ich ungerne. Auch auf die Gefahr hin, dass er vielleicht vorher noch steigt, bevor dann irgendwie eine Korrektur oder eben alternativ die starke Abwärtsbewegung ist. Ja, also es zählt nicht alleine das Einstiegsniveau. Viele sagen, ja, es ist wichtig, dass ich günstiger einkaufe. Und wenn er steigt, dann wäre es hier halt günstiger. Für den Händler ist das Stopp-Management maßgeblich relevant. Und wenn ich da hin den Einstieg jetzt setze, wo soll ich dann stoppen? Hier oder irgendwo da? Das sind alles relativ weit weg liegende Stops. Das bedeutet allerdings, dass die Positionsgröße kleiner sein müsste. Und das wiederum bedeutet, dass der Wirkungsgrad nicht so hoch ist. Deshalb bevorzuge ich das andere. Na gut, also meine Vermutung aufgrund dieses klassischen Bildes ist, dass wir früher oder später, wobei mir nicht ganz klar ist, wo exakt, eine realistische Chance haben, dass es in die andere Richtung geht. Und da ist die entscheidende Frage korrektiv oder impulsiv. Meine Idee wäre eigentlich, dass wir im kleineren impulsiv runtergehen, dass wir zumindest wieder in diesen halben Bereich hier so halbwegs von diesem Startpunkt im Oktober oder wann war es beim DAX? War es im September schon? Wieder so auf die Hälfte zurückkommen. Das mag dann ungefähr 13.200 sein. Ihr erinnert euch an die Skizze, die ich gezeichnet hatte. A la so in der Richtung. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Was ihr hier seht, wäre vielleicht dann ein Teil dieser Bewegung. Also quasi so der Anfang so einer Bewegung. Deshalb ist es nicht ganz unrelevant, wie diese Bewegung hier auch optisch aussieht, ob es eine starke ist oder eher eine schwache. So, jetzt haben wir aber natürlich den DAX nicht ohne den amerikanischen Markt und der ist jetzt genau in so einer Situation, wie wir es beim DAX hatten. Ihr erinnert euch, wir hatten beim DAX darüber gesprochen, wir hatten eine scharfe Abwärtsbewegung. Ich hatte damals gesagt, zack, dann haben wir hier offensichtlich Pause und nochmal das. Und wenn der Kurs hier runter geht, hervorragende Möglichkeit, entweder versuchen hier irgendwo zeitnah im kleinen Bild zu shorten oder hier vielleicht dann den Short auszusprechen. Wenn er so diese letzten Niveaus hier nach unten durchstößt, hier ungefähr bei 33.000 in etwa, da hatten wir mehrere Unterstützungen. Wenn er das durchstößt, wäre das eine Möglichkeit, da auf die Short-Seite aufzuspringen. Aber der DAX ist nach oben erst nochmal weitergelaufen. Und deshalb, wir messen das Ganze mal. Wenn ich jetzt mal schaue, wir hatten die Bewegung im Dezember, 20. Dezember etwa bis 22. Dezember. Und wenn ich das jetzt hier anlege, da sind wir so ungefähr in dem Bereich. Wir sind ein bisschen drüber. Da würde ich jetzt noch sagen, okay. Aber irgendwo hier wäre dann schon eine sinnvolle Zielhöhe, wenn er diese jetzt tatsächlich durchstößt. Ja, also wenn er da jetzt dann auch noch massiv durchgeht, dann droht dem DAO ein ähnliches Bild wie dem DAX, nämlich dass wir tatsächlich nochmal hier hochgehen. Ich bin von der Ausrichtung eigentlich geeicht, dass der Kurs hier hingeht. Aber, ihr wisst das, ich kann noch so sehr dieser Meinung sein, dass der Kurs hier hingeht. Shorten hätte ich natürlich auf aktuellem Niveau nicht. Ich weiß, viele versuchen das. Ja, aber wenn ich jetzt sofort habe, bin ich doch viel günstiger, als wenn ich hier erst einsteige. Ich steige doch nicht in den Markt ein, der im Moment so stark ist. Das heißt, wenn ich shorten will, muss ich entweder auf den Bruch der 33.000 erwarten. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Das wird wahrscheinlich heute Nachmittag nichts mehr. Oder aber ich muss im Kleinen etwas sehen, das ungefähr so aussieht. Schub hoch, wackelig runter. Und das wäre tatsächlich etwas, was wir vielleicht am Nachmittag oder am Abend oder in den morgigen Vormittagsstunden sehen können. Es gibt dafür null Anzeichen. Das ist wirklich noch ein Fragezeichen, ob das kommt. Aber das wären Möglichkeiten für die Short-Seite. Wenn der Markt jetzt nicht dieses Verhaltensmuster macht, sondern im Gegenteil korrektiv immer nach unten geht, wären das mögliche Einstiegspunkte für die Long-Seite. Das geht nicht immer gut. Ich mache das mal kurz in groß. Hier ist ja die Frage, war das korrektiv? Im Nachhinein wird der Profi sagen, ja, war das korrektiv? Das wird dann hier so eine A, B, C Korrektur gewesen sein. Die kann ich aber nicht handeln. Das weiß ich jetzt, wo der Kurs weiter gestiegen ist. Aber das weiß ich weder hier unten. Und da oben ist normalerweise kein guter Einstiegspunkt mehr. Das heißt, das sind Punkte, wo man dann normalerweise entweder gar nicht mehr reinkommt. Höchstens dann auf einer kleineren Ebene, wenn der Kurs dann hier das nochmal macht. Oder eben sagen muss, ja gut, dieses Teilstück habe ich dann eben in irgendeiner Form nicht mitnehmen können. Viele erhoffen sich, ja, dass sie eigentlich an jeder Stelle, wenn der Markt sich bewegt, wieso? Jetzt ist er gestiegen. Das hätte ich gerne vorher mitgenommen. Ein bisschen konnte man das erahnen, dass das eher die schwache Seite ist. Aber wir denken dran, wir hatten ja hier Zahlen. Insofern, da sind wir immer sehr vorsichtig mit dem Einstieg. Aber die Logik grundsätzlich, die scheint immer noch die gleiche zu sein. Das heißt natürlich, wenn es hier irgendwie wackelig runterkommt, kann man immer noch versuchen, hier auf die Long-Seite zu gehen. Und wenn er tatsächlich weiter steigt, falls ihr schon drin seid, einige sind ja aus welchen Gründen auch immer schon vielleicht drin in der Position. Wenn er jetzt noch weiter klettert, je mehr er sich von diesen Marken entfernt, das muss nicht exakt hier dieses, ich mache mal so ungefähr, aber das ist wirklich eine ungefähre Zahl. Das ist ja auf den Future berechnet. Ihr müsst das gegebenenfalls übertragen, wenn ihr das auf andere Märkte, ich sage mal so ungefähr 34.160 oder sowas in die Richtung. Wenn er das durchstößt, vielleicht sogar noch die 34.260 irgendwie durchstößt da, dann wird das immer realistischer, dass wir auch das Hoch aus Mitte Dezember nochmal, das heißt 35.240 oder was weiß ich was oder 300 oder sowas in die Richtung dann nochmal sehen. Ähnlich wie es der DAX gemacht hat. Also im Moment haben wir beim Dow Jones eine interessante Situation, denn er ist in dieser nächsten Entscheidungsbox. Und wer mich kennt, weiß, in dieser Entscheidungsbox entscheide nicht ich, sondern die Marktteilnehmer, was sie wollen. Und ich mache dann mit, worauf immer sie sich drauf einlassen. Man kann natürlich versuchen, aggressiv reinzugehen. Wenn er nach oben geht, gehe ich einfach blind links rein. Oder wenn er nach unten ausbricht, komm, gehe ich einfach blind links short. Das ist nicht mein Ansatz. Ihr wisst, ich brauche irgendwie sowas für die Short-Seite. Das finde ich immer am Einleuchten. Ich kann ja auf eine kleinere Zeitebene gehen, muss es ja nicht in vier Stunden Schaden machen. Oder eben korrektiv runter. Dann kann ich natürlich versuchen, die Zwischenhochs dann entsprechend nochmal zu nutzen, weil ich weiß, korrektiv ist die falsche Richtung. Das heißt, es müsste ja eigentlich nochmal nach oben gehen. Und dementsprechend wären das dann nochmal Long-Einstiege. Dieses mit der Entscheidungsmarke, das ist nicht nur alleine beim Dow Jones so. Das ist auch beim S&P 500 so. Hier im Vier-Stunden-Chart Schub runter. Quasi ähnliche Situation. Wir hatten noch in der letzten Woche irgendwann diese Box hier angezeichnet. Da ist der Kurs jetzt hin. Durch den kleineren symmetrischen Bereich. Da sind wir jetzt so halbwegs durch. Allerdings noch wäre es innerhalb dieser Korrekturzone. Erst wenn er da drüber hinaus geht, also je weiter er hier drüber geht, desto typischer und relevanter wird auch, dass er dann nachher das hier überschreitet. Wer also jetzt sagt, das sieht doch super aus, dann kann ich doch reingehen. Auch hier mein Tipp. Wartet bis der Kurs und wenn es ein kleiner, aber korrektiver Rücksetzer ist. Im Zweifelsfall guckt halt irgendwie auf einer kleineren Intraday-Ebene. Es muss nicht im 5-Minuten-Chart unbedingt sein. Aber wenn ihr sehen könnt, eine Seite ist stark und die andere ist eher korrektiv und insofern die falsche Richtung, dann hat man eher den Eindruck, okay, starke Seite, korrektive Seite. Ich versuche da nochmal in die jeweilige Richtung reinzugehen. Also der Tenor bleibt hier der gleiche. Je höher es hier drüber geht, spätestens oberhalb der 4030, 35, 40, irgendwie sowas, dann ist es sehr realistisch, dass wir doch nochmal die 4200 vielleicht sogar sehen. Also das Ding hier nochmal überschreiten. Das passt mir überhaupt nicht von diesem Verhaltensmuster, denn da zeigen die Marktteilnehmer keine Stärke. Aber es muss ja nicht für mich passen. Letztlich entscheiden sich die Marktteilnehmer und orientieren sich ja nicht nach mir, sondern nach dem, wie sie es dann halt tatsächlich in dem Moment sich eben vorstellen. Wir werden sehen, ob das Bild tatsächlich so ist. Aber rechnet damit, dass dieses Bild nach wie vor möglich ist. Das muss also nicht jetzt messerscharf hier umdrehen. Achtet also sehr darauf, in welche Richtung die starken und in welche Richtung die schwachen Bewegungen eben sind. Der Nasdaq, in dem Fall auch der Future NQ hier, das ist März-Kontrakt, der hat jetzt seine Zone erreicht. Also die Zeit ist jetzt nicht das Relevantes, ging mir hier mehr um die Höhe. Also er ist jetzt gerade erst dort. Auch hier diese Entscheidung jetzt naheliegend, ob der Kurs jetzt tatsächlich drehen will oder nicht. Insofern relativ ähnliches Bild. Alle Indizes im Moment sehr stark auf einem Entscheidungsniveau. Entscheidungsniveau, die Amerikaner, mehr oder weniger alle in ihren Entscheidungsbereichen. Der DAX theoretisch ebenfalls, nämlich mit dem Überschießen hier, will er jetzt noch weiter nach oben oder sagt er sich, jetzt haben wir das überschossen, jetzt ist fertig und es kommt erst mal eine Pause. Also insofern, es wird spannend und es ist sehr realistisch, dass hier jetzt die nächste deutliche Richtung, nämlich vielleicht diese hier, die würde ich charttechnisch bevorzugen und hätte fundamental zumindest mal, was die Großen immer behaupten und wie sie glauben, vorgehen zu wollen, würde das wahrscheinlich eher das Ganze treffen. Aber wen kümmert es, wenn der Markt steigt, werden auch die Großen irgendwann sagen müssen, ja nützt ja nichts, ich gehe jetzt da trotzdem rein. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir aus dem, was die nächsten Stunden uns hier geben, das ein oder andere Sinnvolle für euch auch umzusetzen ist. Für die Kürzerfristigen denkt immer dran, achtet drauf, wo die starken und die schwachen Bewegungen sind und wenn es euch so geht wie mir manchmal, dass ich es einfach nicht erkenne, dann einfach mal nichts tun oder auf einen anderen Kontrakt oder auf einen anderen Markt umswitchen und nicht einfach sagen, ah ich erkenne es nicht, ist egal, ich mache trotzdem mal. Das klingt nicht besonders gut. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.